Als sie aus der Nische zurückkam, sah sie zu mir her, sie drehte den Kopf zu mir. Sie hatte immer noch ihre Sonnenbrille auf und ich verzog keine Miene. Auch die alte Schnäpfe stierte zu mir her und der fette Typ, der bei ihr saß, grinste total aufdringlich. Die gehen mich alle nicht das Geringste an. Ich stehe jetzt auf und gehe und schon bin ich auf der Straße und ich hab's nicht weit bis zum Fluss. Überall liegen Leute in den Wiesen am Ufer und der Fluss ist supergrün und in der Nähe der Brücke steht ein Eiswagen und da kaufe ich mir ein Schokoladeneis und dann gehe ich durchs Gras und die Sonne knallt auf mich drauf und wenn mir ein Hund entgegenkommt, weich ich nicht aus, bin kein dämlicher Köterausweicher und ich habe meine Ruhe, verdammt. Was denkst du? Die Frage krachte in mein linkes Ohr und ich zuckte so zusammen, dass ich mein Glas umschmiss. Es war leer, aber das Umfallen machte einen solchen Krach auf dem Holztisch, dass alle Leute herglotzten, direkt zu mir, als hätte ich irgendwas mit ihrer Bedienung angestellt. Und völlig daneben war, dass sie das Glas schon wieder hingestellt hatte, bevor ich meine Hand ausstreckte. Bist du nervös? fragte sie. Ich wollte was sagen. Ich hatte den Mund schon auf. Der erste Buchstabe spazierte schon die Zunge hoch. Und was ich sagen wollte, das würde ihr nicht gefallen. Das würde ihr überhaupt nicht gefallen. Und das war angemessen, total angemessen. Da hob sie den Arm und winkte. Sie winkte schräg an mir vorbei, fuchtelte mit ihrer Hand rum, als wäre die Kneipe so groß wie ein Wartesaal am Bahnhof und ein Zug hätte gerade gehalten und Millionen Leute steigen aus und man muss sich auf die Zehenspitzen stellen, damit man was sieht. Tatsächlich stand sie auf. Kam die Königin von Schweden ins Koran? Wurden gleich die Hymnen gespielt? Gab es Freibier für alle? Mit ausgebreiteten Armen wartete sie auf jemanden. Und weil ich nur sie anschaute und dann auch noch über ihre braun gebrannten Beinen nachdachte und darüber, wie das möglich war, dass eine Blinde als Kellnerin arbeitete, bekam ich nichts mit von der ganzen Begrüßungszeremonie. Erst als sich die beiden Mädchen zu Ende umarmt und geknutscht hatten und mir das andere Mädchen die Hand hinstreckte, kriegte ich mich wieder ein. »Hi, ich bin Vanessa«, sagte sie. Ich drückte ihr die Hand, als wären wir irgendwelche Staatsoberhäupter. Vanessas Haare waren genauso kurz wie die von Sonja, aber viel blonder, extrem blond, fast gelb, eigentlich maisgelb. Ziemlich merkwürdig. Ihr weißes T-Shirt war nicht gerade größer als ihr Bikini, den sie drunter trug und wahrscheinlich war ihr T-Shirt deswegen so kurz, damit man den silbernen Knopf in ihrem Bauchnabel nicht übersah. An ihren abgeschnittenen, superkurzen Jeans hingen Fransen und wenn sie dachte, jemand würde allen Ernstes glauben, sie hätte die Hose eigenhändig abgeschnitten, dann konnte man sie bemitleiden. In unserem Obergiesinger Kaufhaus gab es die Dinger massenhaft, Fabrikneue inklusive Fransen. Elsa trug die gleichen, auch wenn bei ihr der Hintern nicht richtig reinpasste und die Hose aussah, als wäre sie vor kurzem explodiert. »Darf ich mich setzen?«, sagte Vanessa. Ich sagte, »Klar«, sagte Sonja und verschwand. Und Vanessa setzte sich mir gegenüber auf den Stuhl. Ihre blaue Sporttasche legte sie auf den Stuhl neben sich. Sie glotzte mich an. »Bist du ein Freund von Sonja?«, fragte Vanessa. Anscheinend war ich in ein gigantisches Frage- und Antwortspiel geraten, aber Millionär konnte ich dabei nicht werden, das stand fest. »Na, sag doch was«, sagte sie. »Was?«, sagte ich. »Du bist spaßig«, sagte sie. Also schwieg ich spaßig. Aus dem Radio kam leise Musik und der Fernseher oberhalb des Tresens lief ohne Ton. Keiner der Gäste bewegte sich, jedenfalls kam es mir so vor. Auch redeten sie nicht, hockten da und taten überhaupt nichts. Nicht mal ihre Gläser rührten sie an. Oder hatte mir die Sonne schon ein Loch ins Hirn gebrannt, dass ich nichts mehr mitkriegte? Nein, alle hockten da und warteten vielleicht auf irgendwas. Vielleicht auf ein Wunder. Darauf, dass Sonja plötzlich wieder sehen konnte. Plötzlich dachte ich, vielleicht ist die überhaupt nicht blind, vielleicht tut die nur so. Vielleicht ist das alles ein Scheißspiel und ich bin irgendwie reingeraten und komme nicht mehr raus. Vielleicht hat sich jemand ein verdammtes Spiel für meinen Geburtstag ausgedacht und ich merke nicht den Unterschied zwischen dem, was echt und dem, was getrickst ist. Wie in dem Film, der neulich im Fernsehen lief, wo ein arroganter Geldhaini von seinem Bruder, der ihm was heimzahlen will, ein gemeines Geschenk bekommt, eine Art Reality-Show. Und alle Leute, denen der Geldhaini begegnet, sind Schauspieler und spielen mit ihm und machen ihn total fertig. Auch die Frau, die er in einem Lokal trifft, sie schüttet ihm was übers Hemd und dann bleibt sie an ihm kleben und er denkt, sie will was von ihm, aber sie ist auch nur Angestellte in dem Spiel. Leider hatte ich den Schluss nicht gesehen, weil ich ins Bett musste, was meiner Mutter 300 Minuspunkte einbrachte. Angenommen, Sonja war tatsächlich blind. Wie hätte sie dann merken sollen, dass jemand zur Tür reinkam, noch dazu ihre Freundin? Sie breitete die Arme aus. Das hieß, sie wusste, wer es war. Sie hatte den neuen Gast gesehen. Anders war das alles nicht möglich. Unmöglich. Die wollten mich austricksen. Dann fiel mir Rico ein, den ich am Stachusbrunnen getroffen hatte. Was machte er um die Zeit dort? Er hatte behauptet, er wäre verabredet. Blödsinn. So früh am Morgen verabredet der sich nicht. Das ist nämlich ein Langschläfer. Wenn keine Schule ist, pennt der ohne Ende. Also, wieso tauchte der da plötzlich auf? Um mich zu kontrollieren. Um zu checken, ob alles glatt läuft. Ob die Show funktioniert. Verdammte Show. Ich musste hier raus. Endlich raus hier. Willst du noch eine Cola? fragte jemand. Es war Sonja. Sie hatte ihrer Freundin ein großes Glas Mineralwasser hingestellt und trank selber Limo. Nein, sagte ich. Und du brauchst nicht so zu tun, als wärst du blind. Das ist nämlich blöd. Ich stand auf und drückte mich zwischen Bank und Tisch durch. Warum glaubst du, dass ich bloß so tue? sagte Sonja. Weil ich's weiß, sagte ich. Bleib da, sagte Sonja und hielt mich am Arm fest. Das war eine eigenartige Berührung. Auch meine Mutter hielt mich manchmal am Arm fest. Vor allem, wenn ich ihrer Meinung nach zu früh vom Essen aufstand oder wenn sie eine bestimmte Antwort von mir erwartete, die ich ihr aber nicht geben wollte. Ihr Griff war nicht hart, nur fest. Wenn ich es drauf angelegt hätte, hätte ich mich leicht befreien können. Sonjas Griff war nicht fest, sondern hart. Und ich hatte sofort den scheiß Verdacht, dass es nicht so einfach war, ihre Hand irgendwie wegzubiegen. Die hing an meinem Arm wie ein Schraubstock und ich kam mir total feige vor. Sag mir, warum du glaubst, ich spiel dir was vor, sagte Sonja. Ist mir doch egal, sagte ich. Glaubst du, Blinde sind dämlich, sagte Sonja. Und ihre Finger bohrten sich in meinen Arm, dass ich vor Schmerz aufschrie. Das war garantiert der niederschmetterndste Moment meines Lebens. Ich in dieser verdammten Kneipe mit all den Zombies vor ihren leeren Gläsern und lass mich von einem Mädchen misshandeln, das null Augen im Kopf hat. Glaubst du, dass Blinde dämlich sind? Wiederholte sie. Jetzt war ihre Stimme so laut, dass wahrscheinlich die Leute von der Straße reinkamen, um zu sehen, was abging. Außerdem hörte ich schon die Knochen in meinem Arm knacken. Was? sagte sie und zermalmte meine Muskeln. Nein! stieß ich hervor. Was? sagte sie und ich krümmte mich. Ich musste mich krümmen. Seitwärts, total schief stand ich da. Und wenn ich meine Augen nicht so fest zugedrückt hätte, dann wären die Tränen nur so auf Vanessas Oberschenkel draufgetropft und das wäre dann der Gipfel der Peinlichkeit und der Feigheit und von allem anderen in dieser Richtung gewesen. Au! sagte ich. Sie ließ nicht los. Wie lange dauerte es noch, bis die Gäste anfingen zu klatschen, sie anzufeuern, damit sie mich zu Boden zwang wie beim Wrestling und dann drückt sie mir ihr Knie in den Nacken und ich gebe auf. Ich gebe auf, sagte ich. Nie und nimmer wollte ich so etwas sagen. Die Worte tropften irgendwie aus meinem Mund raus. Zehn Sekunden später merkte ich, dass sie mich losgelassen hatte. Blinde sind nicht blöd, sagte sie. In meinem Oberarm war wahrscheinlich ein Loch. Vorsichtig schaute ich hin. Eine massive Druckstelle war da. Sie verfärbte sich schon. Ich hatte Schmerzen von der Schulter bis in die Fingernägel. Und schlecht war mir auch. Und aufs Klo musste ich auch. Aber wenn ich das jetzt laut gesagt hätte, dann wären sie alle gestorben vor Lachen. Ich glaube, du musst dich entschuldigen, sagte das Mädchen mit der missratenen Hose. Ihren Namen hatte ich vergessen. Tut mir leid, sagte ich. Meine Stimme hörte sich an, als quäkte ein Baby in meinem Rachen. Okay, hörte ich Sonja sagen. Setz dich wieder. Bring dir noch was zu trinken. Oder musst du schon los? Nein, sagte ich. Keine Ahnung, wieso ich nein, sagte anstatt ja. Sie ist heute nicht gut drauf, sagte das Mädchen mir gegenüber. Nur mit großer Selbstdisziplin schaffte ich es, mir mit der anderen Hand nicht die Stelle zu massieren, an der früher mein Bizeps gewesen war. Jetzt war dort ein brennendes Loch. Warum hast du das gesagt? fragte das Mädchen. Auch das, was ich gesagt hatte, wusste ich nicht mehr. Sonja stellte mir ein Glas Mineralwasser hin. So viel Cola ist ungesund, sagte sie. Und zu ihrer Freundin. Möchtest du eine Suppe, Vanessa? Nein, wann kannst du los? In einer halben Stunde. Aus Versehen hob ich das Glas mit der rechten Hand. Es rutschte mir aus den Fingern und das gesunde Wasser ergoss sich über den Tisch. Entschuldigung, sagte ich schnell und erschrocken. Jetzt schlug mir auch noch das Herz bis zur Nase. Warte, sagte Vanessa. Sie lief zum Tresen, holte einen Schwamm und eine Küchenrolle und wischte das Wasser auf. Dann trug sie die Sachen zurück und setzte sich wieder. Danke, sagte Sonja, die stehen geblieben war. Sie schaute auf mich herunter. Zumindest hatte sie den Kopf gesenkt. Jetzt hatte ich auch ein leeres Glas vor mir stehen, wie die anderen Zombies. Ich wollte nicht wehtun, Lukas, sagte sie. Du bist also der Lukas, sagte Vanessa. Ja, Vanessa, sagte ich nicht. Aus der Küche kam ein Mann in einem weißen Unterhemd und einer grauen Hose, vor die er eine Schürze gebunden hatte. Die war so schmutzig, dass ich meine Mutter auf der Stelle übergeben hätte. Wo bleibt meine Frau so lang, sagte er. Seine Stimme klang, als würde er Zigarettenstereo rauchen. Er zündete sich einer an und blickte in die Runde. Sie wollte noch schnell ein paar Blumen holen, sagte Sonja. Geht's noch, ja? sagte der Koch zu dem Typ, der das Gulasch gegessen hatte. Bei mir schon, bei dir, sagte der Typ. Der Koch hörte nicht hin. Seine Blicke hagelten auf mich runter. Warst du schon in eine Wirtschaft, Kleiner? Ich nickte. Wenn die Maria da ist, kannst abhauen, sagte er zu Sonja. Sonja drehte sich um, ging zum Tresen, zapfte ein halbes Glas Bier und verschwand in der Küche. Das ist Goran, sagte Sonja. Wenn du willst, kannst du mit uns schwimmen gehen, sagte Vanessa. Nein, sagte ich. Ich musste immer noch aufs Klo und die Gelegenheit war wieder schlecht. Was hast du denn noch so vor? fragte Sonja. Ich sagte, geh so rum. Dann kannst du ja auch mitkommen oder musst du vorher deine Mama um Erlaubnis fragen. Zack. Legte ich meine Hand auf den Oberarm, der halb taub war, massierte ihn, was unfassbar wehtat, und sagte Sonja ins Gesicht, Erst gehe ich aufs Klo und dann gehe ich mit euch schwimmen. Als ich aufstand und mich an ihr vorbeidrängte, lächelte sie. Ich wäre fast am Tisch hängen geblieben, vor lauter Hinglotzen. In der U-Bahn hätte ich auch unsichtbar sein können. Ich hockte ihnen gegenüber und sie schauten durch mich durch wie durch ein Fenster, das super poliert ist. Zuerst drehte ich mich tatsächlich um, weil ich dachte, vielleicht ist Tom Cruise hinter mir reingekommen oder irgendein Soap-Heine aus dem Fernsehen. In Wirklichkeit stand da ein Typ in einer uralten Jacke mit einer Knollennase im Gesicht, die so rot war wie die Tomaten beim Griechen im Westend. Schweiß tropfte ihm von der Stirn. Kein Wunder bei der total dicken Jacke, die aussah, als hätte er sie auf einem Flohmarkt am Nordpol gekauft. Ob die beiden Mädchen ihn überhaupt bemerkten, war mir nicht klar. Sie redeten und redeten, als müssten sie an der nächsten Haltestelle ihre Stimme abgeben. Wieso war ich bloß mitgegangen? Wieso saß ich jetzt schon wieder wo drin, anstatt draußen zu sein und irgendwo hinzugehen? Ganz gleich wohin, irgendwo hin. Die Luft in der U6 war zum Kotzen. Es roch übel und die Leute glotzten dämlich vor sich hin und ich wartete, dass hinter mir was krachte oder wenigstens rumpelte, dass der Typ zusammenklappte oder sich die Klamotten vom Leib riss und durchdrehte. Stattdessen dröhnte Sonjas und Vanessas Gelaber in meinen Ohren. Sie redeten überzeugt, dass die eine gekauft und die andere woanders billiger gesehen hatte. Und über eine schwachsinnige Serie, in der ein schwachsinnig aussehender Schleimer, den sie für den perfekten Mann hielten, ein ihrer Meinung nach total dumpfbackiges Girly Mies behandelte und sie auch noch schwängerte. Meiner Meinung nach war dieses Mädchen die einzig normale Figur in der Serie, was sich aber für mich behielt. Und dann schaute Vanessa mich wieder an und ich kapierte nicht gleich, dass ich auch ausgestopft hätte sein können und sagte, ist was? Und sie, nö, wieso? Da hätte ich aufstehen sollen und gehen. Aus einem total sinnlosen Grund blieb ich sitzen und überlegte, wo ich meine Beine hinstrecken könnte. Es war jetzt halb drei am Nachmittag und ich fing an zu vergessen, dass ich Geburtstag hatte. Ob meine Mutter die Polizei alarmiert hatte? Wahrscheinlich nicht. Ziemlich sicher nicht. Früher hatte ich sie ein paar Mal beobachtet, wie sie auf der Straße einen Typ in Uniform zusammenstauchte, weil er Kinder kontrollierte, die ein kaputtes Fahrrad hatten. Einmal hatte sie zwei Polizisten so angebrüllt, weil die mit ihrem Auto zu schnell durch unsere Straße gefahren waren, worauf sie fast eine Anzeige gekriegt hätte. Und ich erinnerte mich, wie mein Vater mal beim Abendessen sagte, von der Polizei darf man sich nicht einschüchtern lassen, nie und nirgends. Offensichtlich hatten sie zur Abwechslung mal eine Gemeinsamkeit. Ich kümmerte mich nicht um die Polizei. Wenn sie an unsere Schule kamen, um nach Drogen zu suchen oder einen dieser total langweiligen Vorträge über die Gefahren der Sucht zu halten, las ich in meinem Buch weiter und tat so, als wäre ich brennend interessiert. Allerdings hatte meine Mutter garantiert, meinen Vater gezwungen, alle seine Kollegen zu informieren, damit sie bei jedem Jungen, den sie auf der Straße sahen, langsamer fuhren. Was passieren würde, wenn ich auch heute Nacht nicht nach Hause käme? Und so würde es sein. War schwer vorherzusehen. Vielleicht zettelte sie eine Suche nach mir an. Mit Hubschraubern und Hundertschaften und Hunden und Fernsehen. Als wäre ich ein Mädchen, von dem nur das Fahrrad zurückgeblieben war. Mein Fahrrad stand im Garten, mit einem Platten. Ins Fernsehen wollte ich bestimmt nicht. So einer war ich nicht. Für Rico wäre das die Krönung seines Lebens gewesen. Riesenfoto in der Tagesschau und auf der ersten Seite der Zeitung. Das würde er sich ausschneiden und übers Bett hängen, genauso wie Elsa. Wenn die entführt worden wäre und man sie von mir aus nach drei Tagen wieder frei ließ, käme sie am nächsten Morgen mit einem dicken Ordner in die Schule, in dem sie sämtliche Artikel und Fotos eingeklebt hätte, tausend Seiten voll, und den anderen Schnäpfen wird die Spange aus dem Mund fallen vor Neid. Aufsehen musste ich unbedingt vermeiden. Das war das Letzte, was ich brauchte. Wir müssen aussteigen, sagte Sonja. Von mir aus. Ich bleib sitzen und fahr weiter. Eine Minute später ging ich hinter den zwei Sprechmaschinen die Treppe hinauf. Einer der Männer, die die Rolltreppe reparierten, pfiff ihnen hinterher und Vanessa wedelte tatsächlich mit dem Hintern. Dann fiel mir etwas ein. Jetzt haben wir vergessen, eine Badehose zu kaufen, rief ich. Sonja blieb stehen und drehte sich zu mir um. Mit ihrem weißen Stock klopfte sie gegen die Wand. Du kannst eine im Schwimmbad kaufen, Lukas, sagte sie. Wie sie meinen Namen sagte, verwirrte mich schon wieder. Zu Hause sagte meine Mutter dauernd meinen Namen, als wüsste ich nicht, wie ich heiße oder als wollte sie verhindern, dass sie selber ihn vergaß. Sie sagte Lukas und es klang immer gleich. Dagegen sagte mein Vater praktisch nie meinen Namen. Vielleicht fiel er ihm nie ein. Er sagte Du oder Junge oder gar nichts. Redete in meine Richtung und weil außer mir niemand dastand, war ich gemeint. Aus Sonjas Mund klang mein Name, als wäre jemand anderes gemeint. Ich konnte mir das nicht erklären. Sie stand zwei Stufen über mir und ich schaute zu ihr hinauf. Sie hatte sich die Lippen angemalt und beim Reden leuchteten sie. Oder die Sonne schien irgendwie günstig drauf. Was totaler Unsinn war. Der Eingang zur U-Bahn-Station lag rechts hinter Sonja. Und auch wenn die Sonne wie irre schien, um die Ecke schien sie nicht. Und sonst gab es kein spezielles Licht. Also bildete ich mir alles nur ein. Hörst du mir zu? sagte sie. Verdammte Erschreckung. Ja, sagte ich so kurz wie möglich. Die ist da nicht teurer als im Kaufhaus, sagte sie. Los jetzt, sagte Vanessa und nahm Sonja am Arm. Dann lächelte sie wieder. Halb im Wegdrehen. Aber ich bemerkte es. Ich bemerkte es sogar besonders deutlich. Aus irgendeinem Grund drehte ich den Kopf und schaute nach unten. Da standen die Männer um die Öffnung vor der Rolltreppe und glotzten rauf. Und einer streckte die Zunge raus und ich kümmerte mich nicht weiter um die Idioten. Als ich auf den Gehsteig kam, versperrte mir ein Auto den Weg. Ein Taxi. Ein Taxi mit einer Nummer, die ich kannte. Der Fahrer schrieb gerade eine Quittung. Das sah ich von außen. Und neben ihm saß eine alte Frau. Der Fahrer war Bernhard Forster, den mein Vater Butz nannte. Sie arbeiteten beim selben Unternehmen. Wenn Butz mich sah, war ich geliefert. Bestimmt wusste er Bescheid. Garantiert hatte mein Vater ihn angerufen und ihm klargemacht, er soll die Augen offen halten. Manchmal kam Butz zu uns zu Besuch. Er trank dann mit meinem Vater auf der Terrasse Bier und schimpfte. Über die Kunden, über das schlechte Geschäft, über die vielen Baustellen in der Stadt, über das Wetter, über die Kollegen, über die Regierung und was ihn sonst noch alles nervte. Meine Mutter nannte Butz heimlich ein Brechmittel. Wenn mein Vater sie bat, ein frisches Bier zu holen, tat sie es. Aber als Zuhörerin von Butz' Hassgesängen stellte sie sich nicht zur Verfügung. Das gefiel mir an ihr. Dass sie letztendlich total eigensinnig und stur war, vor allem in Gegenwart meines Vaters, diesem Feigling. Jetzt ging die Beifahrertür auf. Die alte Frau hielt sich an der Tür fest und hatte anscheinend große Mühe, aus der Kiste rauszukommen. Butz fummelte an irgendetwas rum, das ich nicht sehen konnte. Und ich hatte keine Zeit zum Glotzen. Und dann, zack, rannte ich los. An den Mädchen vorbei zog den Kopf ein und lief so schnell ich konnte bis zur nächsten Kreuzung, die mindestens 500 Meter entfernt war. Dort bug ich nach links ab, schaute mich kurz um und rannte weiter, bis ich vor dem rosa gestrichenen Haus ankam, über dessen Eingang ein Schild hing, Ungererbad. Noch einmal sah ich vor bis zur Kreuzung. Kein Taxi, kein Butz. Ich kreuchte. Der Schweiß lief mir übers Gesicht. Ich wischte mit dem Ärmel drüber und ließ mich auf die Bank vor der Kasse fallen. Verdammte Beobachter überall. Wenn ich nicht aufgepasst hätte, säße ich jetzt fest und hätte das Brechmittel an der Backe. Das hätte ich ihnen nicht verziehen. Sonja und dieser Schnäpfe von Vanessa, die im Ernst glaubte, ihr Hintern wäre sowas wie eine Sensation. Für alte Säcke vielleicht, für mich nicht. Wo blieben sie überhaupt? Ich stand auf und stellte mich ans Gitter beim Durchgang. Drin sah alles ziemlich überbevölkert aus. Auf den Wiesen lagen eine Million Leute und im Wasser waren genauso viele. Vor drei Jahren war ich zum letzten Mal in einem Schwimmbad gewesen. Das war auf dem Land. Meine Eltern wollten unbedingt einen Ausflug machen und da kam ihnen die grandiose Idee, mich in so einem Bad abzustellen. Ich legte mich unter einen Baum und las die Comics, die ich dabei hatte, geschrieben und gezeichnet von einem Spanier. In deutscher Übersetzung natürlich. Damals wollte ich Comic-Texter werden. Geschwommen bin ich an dem Nachmittag kein einziges Mal. Als meine Mutter mich später fragte, wie das Wasser war, sagte ich, super. Was meine Eltern in der Zwischenzeit getan hatten, interessierte mich nicht. Sie sagten, sie wären spazieren gewesen und hätten einen alten Bekannten besucht. Da ist er ja, sagte jemand hinter mir. Vanessa natürlich. Und bevor ich mir noch überlegen konnte, ob ich überhaupt eine Karte kaufen und mit reingehen wollte, hielt sie mir eine rote Badehose vor die Nase, die sie von einem Verkaufsständer genommen hatte. Das ist deine Größe, sagte sie. Ich brauchte gar nicht hinzuschauen, um zu merken, dass es nicht meine Größe war. Was hatte ich überhaupt für eine Größe? Was hast du für eine Größe? fragte Sonja. Normal, sagte Vanessa. Sie wedelte mit dem Teil vor meinem Gesicht herum. Wahrscheinlich fand sie das komisch. Dabei tänzelte sie blöde hin und her und streckte ihren Bauch vor. In unserer Schule gab es mehrere Mädchen, die einen Knopf im Bauchnabel hatten. Vanessa konnte sich ihre Angeberei sparen. Soll ich sie für dich bezahlen? fragte sie. Und ich sagte, ja. Daraufhin hängte sie die Hose wieder an den Ständer und ging zur Kasse. Du bist langweilig. Sie meinte mich. Und zu Sonja? Ich kaufe uns zwei Karten und dann gehen wir endlich rein. Sonja war die ganze Zeit dagestanden und hatte nichts getan. Sie trug ihre dunkle Sonnenbrille und ihre Ledertasche. Als ich sie anschaute, hatte ich den Eindruck, sie beobachtete mich ununterbrochen. Und ich sah, dass sie schwitzte. So wie ich. Dann gingen ihre zwei roten Lippen auseinander und dann passierte erst mal nichts und dann sagte sie. Warum bist du vor dem Taxi weggelaufen, Lukas? Schon wieder sprach sie meinen Namen eigenartig aus. Bin ich nicht, sagte ich tatsächlich. Als ätzte mir die Sonne das komplette Hirn weg. Kommst du? Kräte Vanessa. Du musst nicht bei uns bleiben, sagte Sonja. Du kannst machen, was du willst. Weiß ich doch. Weiß ich. Weiß ich doch. Ich schaffte es, nichts zu sagen. Ich blieb einfach stumm. Obwohl ich was zu sagen gehabt hätte. Zu ihr und zu Vanessa und überhaupt. Ich hätte was sagen können, aber ich sagte nichts. Das wollte ich jetzt sehen, was passierte, wenn ich meinen Mund hielt. Hey, rief Vanessa. Ich ließ sie rufen. Hey, rief sie ein zweites Mal. Ich ließ sie rufen. Ich habe eine Karte für dich mitgekauft, also such dir eine Badehose aus und beeil dich. Ich? Komm, sagte Sonja. Als ich jetzt ihre Stimme hörte, dachte ich, die ist aus Watte, die Stimme. Oder aus Samt. Ja, aus Samt. Oder mein Trommelfell ist aus Samt und das Komm ist kein Wort, sondern ein kleiner, weicher Finger, der mein Ohr kitzelt. Innerhalb einer Minute musste ich total verblödet sein in der scheiß heißen Sonne. Nimm die, sagte eine Stimme. Und plötzlich hatte ich eine hellblaue Badehose mit weißen Streifen in der Hand. Und noch eine Hand in meiner Hand. Auf meiner Hand. Um meine Hand herum. Eine Hand, die da noch nie gewesen war. Noch nie war eine Hand so um meine Hand gewesen wie die von Sonja. Ich konnte überhaupt nicht reagieren. Stand stumm da, die hellblaue Badehose und die weiße Hand in der Hand. Stumm. Aber jetzt wollte ich nicht mehr stumm sein. Jetzt wollte ich was sagen. Was? Keine Ahnung was. Vielleicht. Danke, ich hau ab. Oder ich lass mir doch an meinem Geburtstag nicht vorschreiben, was ich zu tun hab. Zahlen musst du sie selber. Dann hörte ich das Klacken des Stocks auf dem Boden. Irgendwie kam ich mit der Zeit nicht mehr mit. Da stimmte was mit den Sekunden nicht. Alles war langsamer, als es sein musste. Und gleichzeitig schneller, viel schneller. Und ich war zu langsam. Oder umgekehrt. Und ich schwitzte immer mehr, aber irgendwie nicht von der Sonne, dachte ich. Oder ich hatte wieder was nicht mitgekriegt. Und ich hatte die Sonne aus Versehen verschluckt. Und sie brannte jetzt nicht auf mich drauf, sondern aus mir raus. In meinem Kopf schwirrten die Gedanken rum wie gedopte Fliegen. Und ich hörte die Stimme, die ich schon kannte. Und ein Quietschen von Metall, die Eisenschranke, dachte ich. Bewegte mich aber nicht von der Stelle. Die gehen jetzt rein und ich stehe hier mit der Sonne im Bauch. Hallo, hallo. Ja, ja, sagte ich. Jedenfalls bildete ich mir ein, es zu sagen, was nicht stimmte. In meinem Mund war eine einzige Wüste. Hast du einen Hitzschlag? Rief Vanessa. Bei der ersten Silbe wusste ich, dass sie es war. Und ich spuckte auf den Boden, schluckte, spuckte nochmal auf den Boden und sagte, hast du einen? Zwischen dem Moment, als ich mich nach ungefähr einer Stunde zum ersten Mal wieder bewegte und dem, als ich an der Kasse vorbei auf die Wiese zuging, wo die zwei Mädchen warteten, ist in meinem Gedächtnis ein schwarzes Loch. Ich weiß nicht mehr, wie ich es schaffte, meine Beine zu bewegen und außerdem nicht gegen das Gitter zu knallen, durch das man normalerweise durchgehen musste. Es kam mir vor, als würde ich durch eine unsichtbare Schranke von einer Welt in die andere treten, als wären die Gesetze der Zeit und der Schwerkraft auf einen Schlag ungültig, als wäre ich in einer neuen Dimension, wie in einem Science-Fiction-Film, nur dass ich total in der Wirklichkeit war. Ich kapierte es bloß noch nicht. Obwohl mir das Rumkreischen der Kinder und das Rumschreien der Eltern und die ganze Hektik auf die Nerven gingen, war es auch schön, auf der Wiese zu liegen und niemand zwingt einen zu was. Was machst du da? Nichts. Hast du nichts zu tun? Doch, ich lese. Tu lieber was für die Schule. Das wären die Texte bei uns zu Hause gewesen. Und meine Mutter hätte so lange rumgeredet, bis ich in mein Zimmer gegangen wäre und so getan hätte, als würde ich irgendeine Hausaufgabe machen. Bloß, damit ich meine Ruhe hatte und heimlich weiterlesen konnte. Im Ungererbad störte mich niemand bei meinem Beckett. Was liest du da? Wasser tropfte auf die Seite, die ich gerade las, und ich war schon dabei, was rauf zu schreien, als es noch einmal tropfte und ich die Beine erkannte, die neben mir aufgetaucht waren. Ich dachte tatsächlich, die kenne ich, die Beine. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie auf irgendwelche Beine geachtet. Wozu denn? Und jetzt wuchsen diese braunen, nassen Dinger neben mir aus der Wiese und ich glotzte sie an, als müsste ich gleich ein Urteil abgeben, wie diese Typen beim Eiskunstlauf, die die Schilder mit den Nummern hochhalten. Und dann kniete sie sich vor mich hin und ich sah ihre Augen. Sonja hatte ihre dunkle Brille abgenommen. Was mir sofort auffiel, war, dass ihre Augen total normal aussahen, so wie die Augen von anderen Mädchen, so wie die Augen von Leuten, die nicht blind sind. Sonjas Augen waren tiefblau, in der Mitte fast schwarz, drumherum heller und groß. Sie hatte große Augen und ich dachte, so große Augen und die haben gar keinen Sinn. Und dann merkte ich, wie sie mich anschaute. Sie schaute mich an und wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie blind war, wäre ich nicht drauf gekommen. Da war überhaupt kein Unterschied zu sonst jemandem, zum Beispiel zu dieser eingebildeten Vanessa. Oder doch? Und während ich sie anglotzte und sie vor mir kniete, direkt vor mir, ich lag immer noch auf dem Bauch, den Kopf im Nacken, wischte sie sich mit einer Hand übers Gesicht. Von oben nach unten, wie mit einem Waschlappen. Das ist toll im Wasser, sagte sie. Geh doch mal rein. Ich sagte nichts, klappte das Buch zu und setzte mich auf. Vanessa hatte mir eines ihrer kilometerlangen Handtücher geliehen und weil ich nicht direkt in der Wiese sitzen wollte, musste ich es nehmen. Alles klar? fragte Sonja. Sie nahm ihre Brille aus der Ledertasche und setzte sie auf. Dann rieb sie sich mit einem Handtuch ab, ohne aufzustehen. Warum setzt du jetzt deine Brille auf? fragte ich. Dadurch, dass sie beim Abtrocknen ihren Körper hin und her bewegte, wehte ihr Geruch zu mir herüber. Sie roch nicht mehr nach Zitrone, sondern nach Chlor und nach etwas anderem, von dem ich nicht sagen konnte, was es war. Das war nicht direkt ein Geruch, eher ein Hauch, wie ein Wind, der nicht genügend Puste hatte. Jedenfalls kannte ich das nicht und blöd fragen wollte ich nicht. Ich fühle mich dann sicherer, sagte sie. Ich sagte, so ein Unsinn. Sie rubbelte sich ab, breitete das Handtuch zum Trocknen aus und legte sich auf das große rote Handtuch, das sie mitgebracht hatte. So braun wie sie war, ging sie anscheinend jeden Tag zum Baden. Warum sagst du dauernd Dinge, von denen du nichts verstehst? sagte sie. Zuerst dachte ich, sie meinte jemand anderen. Ich? sagte ich. Du weißt nichts von mir. Du bist respektlos, Lukas. Du bist frech und gemein und dumm. Sie lag einfach auf dem Rücken und sagte diese Dinge. Und ich saß neben ihr, das Buch in der Hand, und ständig kreischte irgendein Baby oder irgendjemand lachte laut und ich kriegte auf einmal Kopfschmerzen, total harte Kopfschmerzen, und sie redete weiter mit einer Stimme, als ging es ums Wetter oder um einen verdammten Idioten, der hunderttausend Kilometer entfernt wohnte und dort auch bleiben sollte. Du hast mich angegriffen, obwohl ich dir nichts getan habe. Du hast dich nur entschuldigt, weil ich dich drum gebeten habe. Du hast versucht, mich vor meinen Gästen lächerlich zu machen. Ich, sagte ich, du hast mich beleidigt und du hast dich lustig über mich gemacht. Dann machte sie eine Pause. Und dann sagte sie, genauso lässig und entspannt wie eben, und jetzt sag mir wieso. Wieso, Lukas? Wieso bist du so zu mir? Haben dich deine Eltern so erzogen? Bist du immer so? Ist das deine Art, mit Mädchen umzugehen? Sag Lukas. Oder ist das heute dein großer Anmachttag? Sag, hast du heute beschlossen, super cool zu sein wie Leon der Profi oder wie John Travolta in Pulp Fiction? Sag Lukas. Oder stehst du mehr auf Bruce Willis? Willst du so ein superharter Stirb-Langsam-Typ sein? So einer, der es den Weibern zeigt, was gespielt wird in der Welt? Bist du so einer, Lukas? Sag's mir. Und ich sagte tatsächlich, Leon der Profi kenne ich nicht. Lachen hätte sie nicht müssen. Jedenfalls nicht so laut. Und das Übelste war, Sie lachte, ohne sich von der Stelle zu rühren. Sie blieb einfach auf dem Rücken liegen und lachte mit offenem Mund in die Luft. Und als sie nach 100 Jahren aufhörte, lachte die Luft noch eine Zeit lang weiter. Sie setzte sich auf und drehte den Kopf in meine Richtung. Wie alt bist du, Lukas? fragte sie. Und ihr Gesicht war so ernst wie das von Frau Schirn, unserer Deutsch- und Erdkundelehrerin, wenn sie irgendwas von Afrika erzählte. »Ich bin 14«, sagte ich. »Das wusste ich, dass du noch so jung bist.« »Na und? Wie alt bist du, 20?« Bestimmt würde sie jetzt rot anlaufen vor Wut. »Ich bin drei Jahre älter als du«, sagte sie und angelte aus ihrer Tasche eine Tube Sonnencreme und fing an, sich einzuschmieren. »Ich habe heute Geburtstag«, sagte ich, weil ich plötzlich wollte, dass sie mir gratulierte. »Und warum bist du dann hier?« sagte sie. »Ich gehe schwimmen«, sagte ich. Und dann stand ich auf und lief zu einem der chlorverseuchten Becken, in dem tausend Kinder rumsprangen und grölten. Ob mir jemand zum Geburtstag gratulierte, war mir total egal. Nicht einmal meine Eltern hatten mir gratuliert, weil ich schon weg war, als sie aufstanden. Wenn es nach meiner Mutter ginge, dürfte der Tag nicht vor neun anfangen und wenn es nach meinem Vater ginge, nicht vor zehn. Nachts konnten sie ewig da sitzen und schweigen, als wäre sensationell was los in unserer Küche oder in unserem Wohnzimmer. Sie hatte es nie gesagt, aber ich bin sicher, meine Mutter war super froh, dass ich gegen ein Uhr mittags auf die Welt gekommen war und nicht wie zum Beispiel Rico, der um halb fünf Uhr morgens geboren wurde, wie mir seine Mutter mal erzählt hatte. War sowieso gelogen, wenn jemand sagte, ich gratuliere dir. Zu was? Was hatte jemand außer mir mit meiner Geburt zu tun? Meine Mutter natürlich. Mein Vater schon nicht mehr. Er hatte nur was mit der Zeugung zu tun. Wahrscheinlich. Manchmal fragte ich mich, ob dieser Mann tatsächlich mit mir verwandt war. Und dann fragte ich mich, was ich von ihm geerbt hatte. Wir sahen uns null ähnlich. Er hatte braune Augen, ich grüne. Er hatte braune Haare, ich rote. Relativ rote. Jedenfalls roter als seine. Viel roter. Er hatte riesige Ohren, ich kleine. Dafür war sein Mund praktisch unsichtbar und meiner eher groß. Und wenn ich mir das Gebüsch anschaute, das er im Gesicht trug, dann wusste ich, so was würde in meinem Gesicht niemals stattfinden. Niemals. Nie. Mit solchen Gedanken stand ich unter der Dusche und das Wasser war so kalt, dass ich dachte, es hagelt Kieselsteine auf mich runter. Allerdings sah ich auch nicht so aus, als wäre ich mit meiner Mutter verwandt. Ihre Haare waren blond und ihre Augen schmal wie die einer Japanerin oder Chinesin. Ihr Kopf war viel runder als meiner und ihre Haut irgendwie dunkler, obwohl sie so blond war und sich selten in die Sonne legte. Wahrscheinlich war ich nur zufällig der Sohn von Katrin und Max Brenner. Total zufällig. Chaos im Kosmos. Und so entstehen Kinder, die nirgends hinpassen. Das war ein lustiger Gedanke, als ich anfing zu schwimmen. Was mich sofort total nervte. Wieso war ich überhaupt reingegangen? Wieso hatte ich mich von Sonja provozieren lassen? Ich wollte hier raus. Ich wollte aus dem verdammten Schwimmbad raus und weg. Weit weg. Woanders hin. Ganz woanders hin. Als ich zur Wiese sah, stand Sonja plötzlich am Beckenrand und beobachtete mich. Was natürlich Unsinn war. Aber sie hatte den Kopf zu mir gedreht mit der Sonnenbrille auf und ich konnte ihre Augen nicht erkennen und das nervte mich. Wahrscheinlich dachte sie, ich plansch bloß so rum und trau mich nicht bis zur anderen Seite. Vor ihr im Wasser lag Vanessa auf dem Rücken und sie redeten miteinander. Garantiert erzählte ihr Vanessa, dass ich nicht richtig kraulen konnte. Was stimmte? Mir doch egal. Andere konnten es auch nicht. Die Taten nur so, hechelten durch das chlorverseuchte Wasser und wollten irgendeiner Schnäpfe imponieren. Ich wollte Sonja nicht imponieren und dieser Angeberin von Vanessa schon dreizehnmal nicht. Dann schwamm ich einfach hin, packte Vanessa im Nacken, wie unser Nachbar das immer mit seiner Katze macht und tauchte sie unter. Und zwar so lange, bis sie nur noch gluckste und zuckte und die Arme in die Höhe streckte und Hilfe, Hilfe, schrie und Wasserspuckte eimerweise Wasser. Und dann ließ ich sie los, griff nach Sonjas Beinen und zog sie ins Wasser. Und sie schrie und ruderte mit den Armen und zappelte und planschte und ich verpasste ihr einen Schubs und sie tauchte unter und wenn ihre Freundin sie nicht wieder hochgezogen hätte, hätte sie ein Problem gehabt. Natürlich stellte ich mir das alles nur so vor. War eine super Vorstellung. Jetzt glotzte auch Vanessa zu mir her und ich schwamm los. Wenn ich schon nicht kraulen konnte, dann konnte ich wenigstens so tun. Wie die anderen. Ich streckte die Arme aus und schaufelte durchs Wasser. Mit den Füßen paddelte ich auf und ab. Was ich total dämlich fand. Ich machte es nur wegen dem Eindruck. So weit war die andere Seite nicht entfernt. Ich hatte es schon fast geschafft. Irgendwie funktionierte die Methode. Umdrehen konnte ich mich nicht. Dauernd musste ich aufpassen, dass ich nicht mit einem rumkreischenden kleinen Kind zusammenstieß. Außerdem hatte ich Wasser in der Nase und im Mund und in den Ohren und in den Augen. Oh, verdammtes Chlor! Plötzlich sah ich nur noch verschwommenes Zeug. Tischtennisplatten, die sich rauf und runter bewegten. Liegestühle, die schwebten. Wabbelige Leute. Und zwei Enten. Wo kamen die auf einmal her? Zwei Enten schwammen vor mir her und ich hatte schon Angst, ich hau auf die drauf mit meinen Händen beim Kraulen. Sie ließen sich aber nicht beirren. Ich dachte, die Viecher haben sich verflogen. Die sind hier falsch gelandet. Ich dachte, wo sind die jetzt? Und dann kriegte ich keine Luft mehr und wollte mich hinstellen und Luft holen. Doch da war kein Boden und ich sackte weg. Statt Luft kam Wasser in mich rein. 100 Liter auf einmal. Und ich ging unter und irgendwie kam ich wieder hoch und dann ging ich wieder unter. Und die ganze Zeit wunderte ich mich, wieso der Boden weg war. Ich streckte meine Beine total aus. Ich stampfte in das verdammte Wasser, weil ich überzeugt war, dass der Boden da irgendwo sein musste. Vorhin war er noch da gewesen, vor vier Sekunden. Und ich schluckte immer mehr Wasser. In den Momenten, in denen ich auftauchte, sah ich die Enten wieder. Die wackelten über die Wiese und mir fiel auf, dass das Gras total kurz geschnitten war, wie auf einem Golfplatz. Und überall waren Leute und ich hörte sie rumschreien und krechzen und lachen. Die lachten und quakten und dann schlug ich mit den Beinen wieder ins Nichts. Grün. Das Wasser war nicht mehr blau, sondern grün. Das war merkwürdig. Wieso war es jetzt grün? Das konnte doch gar nicht sein. Alles war brutal grün um mich. Als würde ich in die Wiese tauchen und das Gras wächst unterirdisch weiter. Erst wird gemäht, dann wächst das Gras in die Erde und da schwimme ich jetzt in der grünen Erde. Und die Erde schmeckte nach etwas, das ich nicht kannte. Schmeckte beschissen. Ich brachte aber meinen Mund nicht zu und meine Augen auch nicht. Ich konnte alles sehen. Direkt vor meinen Augen schwamm das Papier von einem Eis. Cornetto Erdbeer. Rote Erdbeeren auf dem Papier. Und dann hörte ich meinen Namen. Weit weg rief jemand meinen Namen. In meinen Ohren war alles dumpf und schwammig. Mein Name kam immer näher. Ich hörte ihn lauter, nur kurz, super kurz. Dann hörte ich ihn nicht mehr. Dann wieder. Und ich wollte winken. In einer Mikrosekunde dachte ich, ich hebe meine Hand und wink und dann komme ich raus. Dann komme ich hier raus. Hier raus. Das waren die letzten Worte in meinem Kopf. Hier raus. Hier raus. Totales Getümmel über mir, als ich die Augen aufschlug. Und mittendrin und am nächsten zu mir Sonja. Sie hatte die Sonnenbrille abgenommen und ich schaute direkt in das dunkle Blau ihrer Augen. Mir war schlecht. Ich hustete. Jemand drückte seine Hand in meinen Rücken und bog mich nach vorn. Also beugte ich mich vor. Ich war mir nicht sicher, wo ich war. Der Husten schüttelte mich. Geht's dir besser? fragte eine Stimme. Es gelang mir nicht zu antworten. Ich schaffte es nicht einmal, den Kopf zu heben. Alles, was ich konnte, war, das kurze Gras zwischen meinen Füßen anzustarren. Meine Füße kamen mir seltsam weiß vor. Genau wie meine Beine. Noch weißer als sonst. Und dann merkte ich, dass mir kalt war. Dabei knallte die Sonne immer noch runter. Das spürte ich, obwohl ich null Kraft hatte, den Kopf zu heben. Von meiner Schulter hing was runter. Und wie ferngesteuert tastete ich mit der Hand danach. Es war ein Handtuch. Willst du einen Schluck Wasser trinken? fragte eine Stimme. Sofort dachte ich, ich hab doch genug Wasser getrunken. Und in Zeitlupe kapierte ich, dass ich beinahe ertrunken wäre. Mehr konnte ich noch nicht denken, nur ich wär ertrunken, wenn mich nicht jemand rausgezogen hätte. Der, der meinen Namen gerufen hatte, das fiel mir jetzt wieder ein. Meine Beine zitterten. Als wären es die Beine von jemand anderem. Ich sah sie zittern und wunderte mich darüber. Zwei Hände griffen nach meinen Waden. Meine Hände. Und entweder meine Hände oder meine Waden waren schneekalt. Plötzlich hatte ich Lust auf ein Eis. Unbedingt wollte ich jetzt ein Eis. Jetzt sofort. Ich konnte es schon schmecken. Was ich extrem seltsam fand. Bisher hatte ich noch nie etwas geschmeckt, bevor ich es tatsächlich im Mund hatte. Aber es war, als würde ich schon in die Waffel beißen und die Creme lecken und eine Frucht kauen, die gerade noch gefroren war. Mit ziemlicher Anstrengung wuchtete ich meinen Kopf in die Höhe. Noch mehr Gesichter um mich herum und immer noch am nächsten zu mir Sonjas Gesicht. Es war braun und groß und glitzerte. Da waren weiße Flecken auf ihren Wangen. Deutlich zu erkennen weiße Flecke. Lukas sagte das Gesicht. Mein Mund sagte, ich hätte gern ein Cornetto-Erdbeer. Erst als ich diese zwei Worte ausgesprochen hatte, kehrte ich in die normale Welt zurück. Jedenfalls hörte ich auf, das Gras zwischen meinen Füßen anzuglotzen, als wäre sein Grün irgendwie besonders. Und die Leute um mich herum waren jetzt neugierige Gaffer, die anstatt einen Crash auf der Autobahn mich anglotzten. bis ich einfach aufstand. Zack, sprang ich in die Höhe. Das war keine gute Entscheidung gewesen. Die Gesichter sausten um mich herum und bevor ich mich irgendwo festhalten konnte, fing mich jemand auf und drückte mich zu Boden. Ich wurde gezwungen, mich hinzuknien bei geschlossenen Augen. Wenn ich die Augen zu hatte, war es mir weniger schlecht. Vielleicht war ich doch noch nicht in der wirklichen Welt. Ganz sicher sogar. Wenn das, was gerade passiert war, die wirkliche Welt war, wollte ich lieber bleiben, wo ich war. Wieso eigentlich? In meinem Kopf hagelten schon wieder diese Gedanken und ich musste an die Dusche denken, unter die ich mich gestellt hatte. Und jetzt war mir so kalt, als würde ich immer noch darunter stehen. Dein Eis, sagte eine Stimme. In Zeitlupe öffnete ich die Augen. Vor mir kniete Vanessa. Obwohl sie ein dämliches Handtuch um ihren Kopf gewickelt hatte und absichtlich einen Bikini trug, der praktisch unsichtbar war, fand ich, sie sah super aus. Und es war in Ordnung, dass sie meine rechte Hand nahm und meine Finger um die Eiswaffel montierte. Ich hatte nichts dagegen. Und auch, dass sie meine Hand festhielt und sie langsam, unfassbar langsam und ohne zu zittern, so wie ich, hochschob bis kurz vor meinen Mund, gefiel mir sehr. Sogar, was sie sagte, klang gut. Jetzt geht's dir gleich besser. Und das Irre war, es stimmte. Schon nach dem ersten Bissen kam ich mir weniger vereist vor. Wahrscheinlich war das unlogisch, denn der erste Bissen bestand aus eishartem, eiskaltem Eis und ich dachte, meine Zähne fallen aus. Doch dann schluckte ich das Eisstück runter und schlägte mir mit der Zunge über die Lippen und die schmeckten total nach Erdbeeren, nach frisch aufgetauten, süßen Erdbeeren. Vielleicht wäre es nicht nötig gewesen, deswegen gleich Vanessa anzugrinsen, aber ich wollte ihr eine Freude machen. Während ich das Eis aß auf den Knien, machten die Leute Platz und ließen eine Frau in einer weißen kurzen Hose und einem weißen Hemd durch. Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen war sie gerade irgendeiner Katastrophe entkommen. Die Katastrophe war ich. Und zwar deshalb, weil, wie sich herausstellte, diese Frau mich nicht gerettet hatte. Als ich unterging, schlichtete sie am anderen Ende des Parks einen Streit zwischen zwei Kindern, die sich gegenseitig versuchten zu ertränken. Bis sie mitkriegte, dass sie woanders gebraucht wurde, hatte ich meine Ration Chlor schon intus. Jetzt hörte ich hinter mir zwei Erwachsene flüstern, das muss man melden, die ist doch völlig überfordert als Bademeisterin. Wenn die Blinde nicht gewesen wäre, wäre der Junge jetzt tot, mit Sicherheit. Es macht nicht immer Spaß, fremde Leute beim Flüstern zu belauschen. Wenn die Blinde nicht gewesen wäre, wäre ich tot. Es musste ein Witz sein, den ich nicht verstand. Dass Sonja mit einer Technik, die ich nicht durchschaute, als Bedienung arbeitete, akzeptierte ich. Schließlich hatte ich es selber gesehen. Aber wie sollte jemand, der auf beiden Augen total blind war, einen anderen aus dem Wasser ziehen? Wie sollte das funktionieren? Mit dem Geruchssinn? Wie denn? Jemand hatte meinen Namen gerufen, fiel mir ein. War sie das gewesen? Hatte sie gerufen und ich hatte geantwortet? Wenn die Blinde nicht gewesen wäre, wäre der Junge jetzt tot. Vor mir stand die weiß gekleidete Frau und schaute auf mich herunter, wie ich mein Eis aß, das inzwischen über meine Hand floss. In der Zeit, in der mein Vater arbeitslos war, hatte er einen ähnlichen Blick drauf gehabt wie diese Frau. Das interessierte mich jetzt nicht. Mich interessierte, ob es stimmte, was ich gerade gehört hatte. Glaub ich dir nicht, sagte ich. Es ging mir schon viel besser. Fast genauso gut wie vorher, wie vor dem, vor der, vor der verdammten Schwimmerei. Nachdem die weiße Frau 300 Mal gefragt hatte, ob sie nicht doch einen Arzt holen solle und ich 300 Mal geantwortet hatte, sie solle sich keine Sorgen machen, worauf sie 300 Mal sagte, das ist aber nett, dass du sagst, ich soll mir keine Sorgen machen. Nachdem wir unseren absurden Dialog beendet hatten, packten Sonja und Vanessa ihre Sachen zusammen und ich ging mich umziehen. Hinterher steckte Sonja meine superhellblaue Badehose in ihre Tasche. Sie riss mir die Hose praktisch aus der Hand. Vor dem Eingang setzten wir uns auf eine Bank. Aus irgendeinem Grund landete ich zwischen den beiden Mädchen. Wobei Vanessa bloß dasaß und rauchte, die Beine übereinander geschlagen und so tat, als wäre ich rothaarige Luft. Sonja dagegen hörte überhaupt nicht mehr auf, sich mir zuzudrehen. Jedes Mal, wenn sie was sagte, ging ein Ruck durch sie und mir blieb nichts übrig, als sie anzusehen. Es ist nicht besonders wichtig, ob du mir glaubst, sagte sie. Ich sagte, du kannst mich doch gar nicht sehen. Du hast gerufen, du hast deinen Namen gerufen und so wusste ich, wo du bist. Ich habe meinen Namen gerufen, sagte ich. Ich? Du? Zuerst ich und dann du. Weißt du das nicht mehr? Ich wusste es nicht mehr. Doch, sagte ich. Warum spielst du mir eigentlich dauernd was vor, sagte sie. Diesmal drehte ich mich heftig herum. Tu ich nicht, sagte ich. Du brauchst mir nichts vorzuspielen. Tu ich auch nicht, sagte ich. Links neben mir rauchte es aus Vanessa heraus. Sie blickte in Richtung Bad zu den Wiesen hinter dem Gitter. Du kommst dir cool vor, ja? sagte Sonja. Du glaubst, ich merke nicht, was du die ganze Zeit denkst, was da los ist hinter deiner Stirn. Ja, was denn? sagte ich. Du bist ein Showman, Lukas. Aber vorhin wäre deine Show beinahe zu Ende gewesen. Was redete sie? Was laberte die mich von der Seite an? Was für eine Show, wie das klang. Was da los ist hinter deiner Stirn, hinter deiner Stirn? Da war total was los und davon hast du keine Ahnung, null minus. Erklär mir mal was, sagte ich. Und sie drehte sich noch mehr zu mir um. Ihr Oberschenkel klebte schon an meiner Jeans. Wie ist das möglich, dass du weißt, wer zur Tür reinkommt, wenn du überhaupt nicht sehen kannst? Wie geht das? Du hast deiner Freundin praktisch schon zugewinkt, da war die noch nicht mal in der Kneipe. Große Frage, Kleiner. sagte Vanessa. Sie steckte sich die zweite Zigarette an und obwohl ich nicht hinschaute, sah ich, dass ihre Hände zitterten wie meine nach dem, nach der. Was war los mit Vanessa? Weswegen war sie so nervös? Du denkst, ich kriege nichts mit, sagte Sonja. Nein, sagte ich automatisch. Hör auf zu spinnen, schrie sie auf einmal. Sogar Vanessa drehte jetzt den Kopf zu uns. Du bist fast ersoffen und tust immer noch so, als wärst du der Mittelpunkt der Welt. Was bildest du dir ein, Lukas? Wer bist du denn? Ich hab dich im letzten Moment rausgezogen. Ich hab dich gerade noch zu fassen gekriegt. Und du quatschst hier rum und begreifst überhaupt nicht, was passiert ist. Vanessa hat fast einen Herzschlag gekriegt, als ich ins Wasser gesprungen bin, um dir zu helfen. Die ist jetzt noch ganz fertig. Ich bin einfach reingesprungen. Vanessa hat plötzlich gerufen, du gehst unter und das war dann wie ein Reflex. Ich hab mich gerade eingecremt gehabt. Ich wollte nicht ins Wasser. Aber ich konnte nicht anders. Die meisten Leute haben gar nichts mitgekriegt. Die wissen ja auch nicht, dass ich blind bin. Was hätte ich tun sollen? Ich hab gedacht, dass jeden Moment der Bademeister kommt. Aber der kam nicht. Und Vanessa war so geschockt, dass sie keinen Ton rausgebracht hat. Und dann hab ich deinen Namen gerufen und du hast zum Glück geantwortet. Ich hatte schon Angst, dass du das nicht mehr schaffst. Dass du keine Luft mehr kriegst. Aber dann hast du's doch geschafft. Und ich hab dich zu fassen gekriegt. Was für ein Glück. Und jetzt hör auf, blödes Zeug zu reden. Sei einfach still. Spar dir deine Sprüche für, wenn du wieder allein bist. Du bist doch eh am liebsten allein, oder Lukas? Ich wollte was sagen. Mein Herz schlug schnell. Extrem schnell. Ich holte Luft. Irgendwas war anders in meinem Mund. Vielleicht hatte das Chlor Löcher reingebrannt und durch die fielen ab sofort die Worte raus. Ich kann hören, sagte Sonja. Was anderes, als sie anzustarren, gelang mir nicht. Ich habe mein Augenlicht verloren, sonst nichts. Sie machte eine Pause und ich wusste sofort, sie machte sie nicht, um Luft zu holen oder nachzudenken. Es fiel ihr etwas ein und sie erschrak darüber. Ich kann hören. Ich kann Stimmen genau unterscheiden und Schritte. Sogar wie jemand atmet. Du denkst, jemand wie ich ist von der Welt abgeschieden, ausgeschlossen, aber das stimmt nicht. Ich gehe tanzen. Ich gehe ins Kino. Ins Kino? Explodierte mein Mund. Ins Kino? Und wenn Vanessa im Goran bloß die Tür aufmacht, weiß ich sofort, das ist sie. Sofort weiß ich das. Du hast dich aber auch schon getäuscht, sagte Vanessa. Ja, war ganz schön peinlich. Da kam ein Schwarzer herein, der bewegte sich genau wie Vanessa. Er machte die Tür auf und ich war gerade in der Nähe, weil ich einen Tisch abgeräumt habe. Und ich drehe mich um und sage, Hallo Vanessa. Und dann war Schweigen. Und ich wäre am liebsten im Boden versunken. Er war dann aber sehr nett und sagte, Mein Name ist Jonathan. Mit amerikanischem Akzent. Und ich sagte, Sorry. Er blieb zwei Stunden und wir haben uns ein wenig unterhalten. Und einmal, sagte sie und sah an mir vorbei zu Vanessa, habe ich dich mit dem Wind verwechselt. Die Tür ging auf und ich war sicher, deine Schritte zu hören. Das war seltsam. Ich sagte, Hallo Vanessa. Schweigen. Für einen Moment fürchtete ich, jemand erlaubt sich einen blöden Scherz und steht jetzt da und sagt nichts und will testen, was ich mache. Später habe ich mich nie wieder von einem Wind täuschen lassen. Nein, sagte Vanessa und ließ die Kippe fallen und zerquetschte sie mit dem Schuh. In welche Filme gehst du denn? sagte ich. Merkwürdigerweise fand ich es plötzlich angenehm, zwischen den beiden Mädchen zu sitzen, sogar neben Vanessa. Aber lieber wäre es mir gewesen, ich hätte gewusst, wieso. In die, die spannend sind, natürlich, sagte Sonja. Dann schwieg sie. Wir schwiegen alle drei. Aus dem Schwimmbad kamen Leute an uns vorbei. Einige warfen uns Blicke zu. Augenzeugen wahrscheinlich. Es war Abend geworden, fast 19 Uhr. In einer Stunde wurde geschlossen. Schlagartig fiel mir ein, dass ich mein Buch liegen gelassen hatte. Ich muss noch mal rein, sagte ich und wollte aufstehen. Aber Sonjas Hand landete so schnell auf meinem Arm, dass ich sitzen blieb. Bleib hier, Lukas. Ich habe mein Buch vergessen. Das ist in meiner Tasche, sagte sie. Ich konnte mich nicht erinnern, dass sie es eingesteckt hatte. Nach einem Schweigen, das ungefähr 48 Minuten dauerte, sagte ich zu Sonja. Hast du mich echt gerettet? Sie drehte mir den Kopf zu wie immer und schwieg. Dann lächelte sie wieder, genauso wie in dem Lokal, wo sie arbeitete. Und dann sagte sie, du riechst gut, weißt du das? Ich wusste es nicht. Und die Worte plumpsten nur so raus aus den Löchern in meinem chlorverätzten Mund. Je länger wir auf der Bank saßen, desto kleiner wurde ich. Wie vorher hockte ich zwischen den beiden Mädchen, die immer größer wurden. Normalerweise war ich 1,42 Meter groß, was nicht gerade überragend ist, in unserer Klasse eher Durchschnitt. Seit ich auf dieser Bank vor dem Ungererbad saß, war ich mindestens um 7 Zentimeter geschrumpft. Ich konnte dabei zusehen. Und wenn zufällig auch noch einer meiner Freunde vorbeikäme, wäre ich geliefert. Der würde sich kaputt lachen und allen Leuten davon erzählen. Anscheinend hatte mich Sonja so schnell aus dem Wasser gezogen, dass niemand einen Notarzt alarmieren musste. Ein Reflex. Sie hatte gesagt, sie war aus einem Reflex ins Wasser gesprungen. Merkwürdiger Reflex für eine Blinde. Die ganze Zeit wollte ich ihr Fragen stellen. Und jedes Mal, wenn ich fast loslegte, traute ich mich nicht. Verdammt! Dafür musste ich dauernd Antworten geben. Bist du von hier? Ja. Und du warst noch nie im Ungererbad? Nein. Wo wohnst du denn in Obergiesing? Im Glasscherbenviertel, das sagte natürlich Vanessa. Ich antwortete, das ist kein Glasscherbenviertel mehr. So genau wusste ich nicht, was ein Glasscherbenviertel war. Ich erinnerte mich, dass meine Mutter das Wort mal erwähnt hatte. Wieso bist du nicht weg in den Ferien? Keine Lust. Hast du eine Freundin? Ja. Du lügst. Wieder Vanessa. Und weil ich eine Mikrosekunde zu lang brauchte, um ihr mitzuteilen, dass sie null Ahnung hatte, meinte sie, macht nichts, du bist ja noch jung. Dann lachte sie irgendwie dämlich und ich hatte den Eindruck, ich war wieder einen Zentimeter kürzer geworden. Wie geht's dir jetzt? fragte Sonja. Gut, sagte ich. Wirklich? Ja. Willst du bei deinen Eltern anrufen? Ach, wieso denn? Okay, sagte sie. Nach einer Weile, während Vanessa eine Zigarette rauchte, wahrscheinlich die 23. inzwischen, stand Sonja auf und ich zuckte zusammen als hätte mir jemand mit voller Wucht in den Magen geschlagen. Was ist? fragte Sonja. Nichts. Auch Vanessa stand auf, zupfte an ihrer ausgefransten Jeans und wedelte mit dem Hintern. Zack, schaute ich weg. Komm, sagte Sonja, wir begleiten dich noch ein Stück. Merkwürdiger Satz für eine Blinde. Normalerweise war es umgekehrt, oder? Nein, sagte ich, Sonja klopfte mit ihrem weißen Stock auf den Boden und dann gegen meine Beine. Ich wollte nicht, dass sie ging. Vanessa konnte sich schleichen, am besten so schnell wie möglich, aber nicht Sonja. Ich wollte, dass sie sich wieder hinsetzte, damit ich ihr endlich alle meine Fragen stellen konnte. Hier, sagte sie, ich hob den Kopf. Eigentlich hatte ich gerade beschlossen, so lange meine Turnschuhe zu betrachten, bis die Mädchen verschwunden waren. Wozu sollte ich dauernd hin und her schauen, wenn 50% der Leute um mich rum blind waren? Ich wollte nicht, dass sie wegging, verdammt. Pass auf, ist noch nicht ganz trocken, sagte Sonja. Sie meinte meine Badehose, die sie aus ihrem Handtuch gewickelt hatte. Außerdem hielt sie mir mein Buch hin. Ich nahm beides und legte es neben mich auf die Bank. Willst du wirklich nicht mitkommen? fragte Sonja. Unüberhörbar, sagte ich. Nein. Ciao, sagte Vanessa. Und dann klebten plötzlich Sonjas Lippen auf meiner Backe. Und sie roch nach Zitrone. Und ich schwitzte. Und mein Mund stand offen, das merkte ich, aber ich brachte ihn nicht zu. Irgendwie klemmten die Muskeln. Und ich hörte diese Stimme in meinem Ohr. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, flüsterte Sonja und küßte mich auf die Wangen und zum Schluss allen Ernstes auf die Nase. Von mir auch, sagte Vanessa. Ich sagte, und Sonja, ich lese auch, aber nicht in Büchern. Was? Ich stand da und dachte, was, wovon redet die? Lass dich feiern, sagte sie. Ich sah, wie sie sich bei Vanessa einhakte und wie die beiden dann zur Straße gingen. Tak, 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 tak. Und ich sah den weißen Stock und im Hintergrund zwei schiefe Hochhäuser, die aussahen, als hätte sie ein total betrunkener Architekt entworfen und noch viel betrunkenere Bauarbeiter hingestellt. Ich sah alles auf einmal und alles war ewig weit weg. Und als ich kapierte, dass ich allein da stand, wäre ich fast losgerannt, hinter den Mädchen her wie ein Blödi. Zum Glück kam ich nicht von der Stelle. Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso stand ich da und tat so, als wäre jetzt nicht das Wichtigste von der Welt, dass ich was unternahm? Los, los! Immerhin war ich schon aufgestanden, was ich überhaupt nicht mitgekriegt hatte. Und dann dachte ich, ich habe Flecken im Gesicht von Sonjas Küssen. Drüber zu reiben traute ich mich nicht und in meinem Bauch kamen immer noch hammerharte Schläge an und ich wusste nicht woher. In so einem Krankenhaus wie in dem gegenüber wollte ich nicht wohnen. Wahrscheinlich war der Architekt ein Spastiker. Wenn ich jetzt nicht sofort loslief, würde ich sie nicht mehr erwischen. Dann fiel mir wieder ein, dass ich heute Geburtstag hatte. Und dann dachte ich, dass ich in diesem Moment erst richtig Geburtstag hatte. Und ich nahm die Badehose von der Bank und drückte sie zusammen und ich wünschte, Sonja würde zurückkommen und die Wüste bevölkern, in der ich gerade herumstand. Warum sie blind ist, wollte ich sie fragen, und ist sie seit der Geburt blind und sieht sie überhaupt nichts, nicht mal eine Ecke licht, gar nichts? Vor dem Straßenschild blieb ich stehen, weil ich den Namen nicht schnell genug lesen konnte. Soxled Straße. Das sah aus, als hätte sich jemand verschrieben. S-O-X-H-L-E-T. Vielleicht hieß so der Architekt, der sich die beiden grauen, total verwackelten Betonkästen ausgedacht hatte. Was hat sie damit gemeint? Ich lese auch, aber nicht in Büchern. Und wieso verarscht sie mich und sagt, sie geht gern ins Kino? Lauter Fragen und ich hatte alles vermasselt. Aber wegen ihr hatte ich heute einen echten Geburtstag. Ohne sie hätte ich heute einen Todestag gehabt. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich ging an der Ungerer Straße entlang und versuchte mich zu erinnern, was im Schwimmbad passiert war, wieso ich plötzlich untergegangen war. Ich erinnerte mich an das Wasser, an die verschwommenen Farben, an die Enten. Da waren zwei Enten irgendwo. Und dann weiß ich nichts mehr. Wieso war ich überhaupt reingegangen? So sehr ich mich anstrengte, da war ein Loch in der Zeit und das Loch war schwarz und ich konnte nichts erkennen, nichts, null minus. Bis ich an der Münchner Freiheit war, dauerte es eine halbe Stunde. Es war acht Minuten nach neun. An der Haltestelle standen die blauen Linienbusse, zwei Fahrer rauchten Zigaretten und redeten miteinander, innen warteten Leute auf die Abfahrt. Wo wollte ich jetzt hin? An einem Café stand eine Schlange an der Eistheke, niemand, den ich kannte. Ich ging vorbei und dann sah ich die gelben Schilder, Stoßstange an Stoßstange Taxis vor dem Kaufhaus. Garantiert war einer der Fahrer ein Bekannter meines Vaters und der würde mich erkennen und sofort Meldung machen. Ohne den Stellplatz aus den Augen zu lassen, lief ich zur Treppe, die zur U-Bahn runterführte. Den Kopf nach vorn gebeugt, sprang ich die Stufen hinunter. Im Tiefgeschoss war ein einziger Volksauflauf. Von überall her strömten Leute, die Zeitungsverkäufer hatten ihre Zeitungen auf dem Boden ausgebreitet, am Kiosk herrschte ein Gedränge, als würde der Typ hinter der Scheibe Geldscheine verteilen. Hunde bellten, was mir sofort total auf den Nerv ging und ich wollte bloß noch weg. In der Unterführung, wo die Geschäfte waren, tauchten zwei Polizisten auf, höchste Zeit, den anderen Ausgang zu nehmen. Ich lief die Rolltreppe hoch, diesmal in der richtigen Richtung, zwängte mich zwischen den Pennern durch, die mir im Weg standen und blöde rumnöhlten und rannte oben vor dem Blumenladen Falsch. Nur auf den ersten Blick sah er so aus. Mir schlug das Herz bis ins Hirn. Der Fahrer hatte einen riesigen Bart und einen Filzhut auf, genau wie mein Vater. Ohne weiter hinzusehen oder überhaupt auf die Straße zu schauen, lief ich auf die andere Seite, stieß fast mit einem dämlichen Radler zusammen und kauerte mich hinter ein geparktes Auto. Super peinlicher Anblick. Ich musste sicher Hauptstraße. Meine Panik war total umsonst. Niemand folgte mir. Niemand hatte mich gesehen. Was machst denn du da? Verdammte Erschreckung. Hinter mir ragte ein Typ in Lederhose und weißem Hemd in die Dämmerung. Braun gebrannt, Sonnenbrille auf dem Schädel. Ich hab was verloren, sagte ich. Ist schon recht und jetzt hau ab. Er richtete den Schlüssel aufs Auto und machte die Tür auf. Wie ich jetzt bemerkte, war die Kiste ein BMW Z3, schwarz lackiert, Ledersitze, Holzlenkrad, Stereoanlage, Starnberger Kennzeichen. Ich ging weg. Und er gab ununterbrochen Gas, ohne loszufahren. In Starnberg machen die das alle so, wusste jeder bei uns in der Schule. Nach ungefähr 50 Kilometern entdeckte ich eine super getarnte Telefonzelle. Ich musste was regeln, endgültig. Ich bin's, sagte ich in den Hörer. Mein Gott, wo steckst du, sagte meine Mutter. Dann klagte es, etwas schepperte und mein Vater war dran. Komm sofort nach Hause. Bist du nicht ganz dicht, du? Ich schon, sagte ich. Ich legte den Hörer auf den Apparat und wartete, bis mein Vater verstummte. Ich komme heute Nacht nicht nach Hause, sagte ich. Was? brüllte er. Und morgen auch nicht und übermorgen auch nicht. Bist du betrunken? sagte er. Jetzt kam er mit der ruhigeren Nummer. Ich sagte ruhig, nein. Wo bist du? Im Westend. Bei deinem Opa? Nein. 5 Sekunden familiäres Schweigen. Hier ist deine Mutter, sagte meine Mutter. Ich habe solche Angst. Du brauchst keine Angst zu haben, mir passiert nichts. Das habe ich mir zum Geburtstag gewünscht und das schenke ich mir jetzt. Was? sagte sie. Was meinst du denn? Kann es nicht erklären, sagte ich, machte eine Pause und sagte, Freitag Abend bin ich wieder da. Vielleicht rufe ich morgen noch mal an. Lukas! Ich hängte ein. Dieses Lebenszeichen musste genügen. Sie konnte ja nicht ahnen, dass dieses Telefongespräch tatsächlich ein Lebenszeichen war. Plötzlich fingen meine Beine an zu zittern. In dieser Nacht kam mir die Stadt vor, als wäre ich noch nie hier gewesen. Und das lag nicht daran, dass Schwabing, wo ich gerade herumlief, von mir zu Hause 7000 Kilometer entfernt war. Wir kamen nie hierher, wozu auch? Niemand in meiner Klasse wohnte in Schwabing. In Obergiesing hatten wir genug eigene Leute, um die Schulen rappelvoll zu kriegen. Außerdem behauptete mein Vater, in Schwabing würden die Kunden das wenigste Trinkgeld geben. Aber dasselbe behauptete er auch vom Lehl und von Bogenhausen. Wenn es nach meinem Vater ging, müssten die Leute in sein verdammtes Taxi steigen und einen Sack Geld auf dem Rücksitz ausleeren, bevor er überhaupt den ersten Gang einlegte. Das hatte mir noch gefehlt, dass ich die ganze Zeit an meinen Vater dachte. Vor einem Kino in der Leopoldstraße blieb ich stehen und starrte die dämlichen Fotos an, nur um nicht an meinen Vater denken zu müssen. Es klappte. Dass Sonja ins Kino ging, konnte ich mir nicht vorstellen. Jemand rempelte mich an. Gerade in dem Moment, als ich anfing, im Kopf ins Kino zu gehen, und zwar als Blinder. Ich drehte mich um. Zwei Schnäpfen grinsten mich an, so alt wie Sonja und Vanessa sensationell bescheuert. Na du, sagte die eine. Hi, sagte die andere. Bei der war ich sofort davon überzeugt, dass das ihr kompletter Wortschatz war. Ich sagte nichts, machte eine wesentliche Miene und ging weiter. Hast du Angst vor uns? sagte die Erste. Die Zweite kicherte. Meine Vermutung über ihren Wortschatz stimmte. Die Cafés waren überbevölkert. Alle Tische auf dem Bürgersteig total besetzt. Leute standen drumherum. Die Bedienungen zwängten sich durch die Massen und Fahrraden. Die Autofahrer, die von den Seitenstraßen auf die Leopoldstraße einbiegen wollten, hupten wie blöde, weil dauernd Fußgänger den Weg versperrten. Ich auch. Ein Typ in einem roten Cabrio hämmerte auf die Hupe, als ich vor seinem Schlitten auftauchte, komplett sinnlos. Und weil er auch noch irgendetwas brüllte, dass ihm fast die Sonnenbrille vom Schädel rutschte, blieb ich stehen, genau vor seinem rechten Vorderlicht und bückte mich. In so einem Gewühl ist es wahnsinnig gefährlich, mit offenen Schuhbändern rumzulaufen. Zuerst band ich meinen linken Schuh auf, dann den rechten. Dann streckte ich den Arm in die Höhe. Ein paar Fußgänger warfen mir einen Blick zu. Der Typ in der roten Karre rastete praktisch aus. Er brüllte, hupte, brüllte, hupte und trat aufs Gas, dass der Motor nur so jaulte. Wahrscheinlich hatte er seinen Führerschein in Starnberg gemacht. Nach reichlich Zeit hatte ich mir die Turnschuhe wieder zugebunden. Sehr entspannt richtete ich mich auf. Auch wenn niemand mir das je glauben wird, es ist total wahr, der Typ in seinem roten Schrotthaufen stand hinter dem Lenkrad, in einem schwarzen Muscle-Shirt und einer schwarzen glänzenden Lederhose und schrie in meine Richtung du Arschkopf hau ab oder ich fahr dich über den Haufen du Arschkopf. Ich kam mir vor wie Keanu Reeves in Matrix. Ich hielt einfach die Hand hoch und sein Gebrüll prallte dran ab, wie in dem Film die Kugeln an Keanu. Das war ein super Augenblick. Auf beiden Seiten von uns blieben die Leute stehen und schauten uns zu. Nachdem der Typ seinen Text noch ein zweites Mal abgesondert hatte, plumpste er auf seinen Sitz zurück und trampelte wieder aufs Gas. Losfahren konnte er aber nicht, weil außer mir noch 95 andere Leute die Straße blockierten. Ein paar beschimpften den Irren, andere feuerten ihn an. Die Stimmung um mich rum war super. Fast hätte ich mich ans Fenster des Brillenladens gelehnt und gewartet, was weiter alles passierte. Doch dann hatte ich keine Lust rumzustehen. Ich kam an einer Diskothek vorbei, vor der Leute warteten. Ich machte einen Bogen um sie. An der nächsten Ampel blieb ich stehen. Gegenüber waren ein italienisches Restaurant und daneben ein McDonald's. Essen wäre nicht schlecht, dachte ich. Also kaufte ich mir am Imbissstand des Restaurants zwei Pizzaschnitten und setzte mich auf eine niedrige Steinmauer. Auch die meisten Tische auf der Terrasse des Lokals waren besetzt. Während ich aß, überlegte ich, wie man einen Film sehen kann, ohne dass man was sieht. Man hört die Musik und Dialoge und wenn die Musik aussetzt und die Personen nichts sagen, wenn bloß Action ist und in den meisten Filmen gab es die meiste Zeit Action und wenn man die nicht mitkriegte, wozu ging man dann ins Kino? Blind sein wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht taub sein oder sonst wie behindert, einbeinig oder einarmig oder stumm, was vielleicht nicht das allerschlimmste wäre. Reden brachte sowieso meist nichts, dafür waren meine Eltern der beste Beweis. Oder die Schnäpfen in meiner Klasse. Wenn man nicht sprechen konnte, schrieb man eben. Allerdings hätte zum Beispiel Taubsein den Vorteil, dass ich dann den Unsinn meines Vaters nicht länger mit anhören müsste. Ich würde dann bloß nicken oder grinsen und den Kopf schütteln oder sonst was und er würde allen Ernstes glauben, dass ich ihn verstand. Vielleicht wäre Taubsein besser als stumm sein. Andererseits was würde es meinem Vater nützen zu labern, wenn ich ihm keine Antwort geben konnte. Er würde seinen ganzen Müll über mich kippen und ich könnte höchstens einen Zettel schreiben, alles klar, super Idee und solche Sachen. Zu einem Dialog mit ihm wäre ich jedenfalls nicht mehr gezwungen für alle Zeit. Nur blind sein. Das wäre das aller übelste. Dann sah ich Sonja vor mir und hatte wieder einmal keine Ahnung, wie sie es schaffte, so gut drauf zu sein. Durch die Stadt zu laufen, in einer Kneipe zu arbeiten, zu schwimmen, wie sie es geschafft hatte, mich aus dem Wasser zu fischen. Das war immer noch das größte Geheimnis dieses Tages. Und je länger ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass dies das größte Geheimnis meines Lebens war. Und auch wenn mein Geburtstag jetzt fast vorbei war, hatte ich noch einen Wunsch, von dem ich gelungen war, mich zu retten. Das war ein merkwürdiger Ausdruck, mich zu retten. Sehr merkwürdig. Und irgendwie unheimlich, immer noch. Immer noch nach den vielen Stunden, vergangen waren, seit wir das Bad verlassen hatten. Ich war gerettet worden. Und zwar nicht von einem Rettungsschwimmer, nicht von der Bademeisterin in ihrem weißen Aufzug, sondern von Sonja.